Erstmal Ach nice was ist das denn, alles ist falsch. Einer ist gerade so weit nach oben geflogen, what the heck. Hä?! Einer?! Er ist einfach auf der anderen Seite aufgekommen, what the heck. Er ist jetzt safe erster. Ja, leidin sorry, ja ok. Ja, ich bin drin, ich bin drin. Ja, ich bin zu 100% drin. Hä?! Ist der dumm, Digga? Lauf der immer nach links? Sonnt. also der andere ich bin drin äh bisschen raus ok nice na wie lang hast du schon kurz schossen ungefähr das ist halt so richtig peinlich so wahrscheinlich das zu sagen wenn du halt einen korb bekommst was hat sie gesagt ich liebe dich ich wollte den anderen ich hab noch nie einen korb kassiert also bis jetzt gefühlt je mädchen was ich gesagt habe so ich liebe dich hat immer richtig auch bei mir ist alles in der reihe orange apfel melone bei mir ist alles in der orange apfel melone bananen orange apfel melone hier bei mir oder du hast auch bei mir guck mal bei mir war alles in der reihe perfekt da sind voll viel rausflogen ja bei banane banane melone apfelkirche bananen bananenkirche melone apfelkirche bananenkirche bei mir auch nein oh mein gott das was kommt wird ich habe aber schon gelieft ich habe aber außerdem gelieft digga ich dachte ich wollte am ende ja ich wollte am ende lieben wegen m weil ich dachte ich bin weiter deswegen habe ich kreis gerückt aber dann habe ich schon komplett gelieft sorry wie viele freundinnen hattest du schon welche freundinnen hattest du schon ja wie lange war die also eine es war halt so zwei waren halt grundschule so das war halt dann war noch eine mit meiner ex die war ein bisschen mehr als ein jahr an die haupte äh das war klasse schluss gemacht digga das war mies sie hatte bei uns so jeder bieb jungs viel mädchen jeder bieb auf mich keine ahnung warum obwohl ich halt einfach nichts gemacht habe so richtig unnötig halt einfach und ja und dann hatte ich noch eine für zwei wochen aber da hatte ich kann aber da hatte ich eigentlich schon kurz auf meine freundin keine ahnung warum ich mit der zusammen war so ja gefiel jetzt schon ja und dann hatte ich halt so ein bisschen länger hatte sie halt aber ein freund und aber sie hat halt auch schon so ein bisschen so kosch auf mich und durch handball ich hab's gesehen durch handball und so sind wir dann halt so so hat dann halt bei retten gespielt und ja und dann hat sie mit ihrem freundschluss gemacht und dann hab ich mir gegrabt ja erstmal reservierungsschild drauf so ein ding ist das so ein ding ist das team abschleifen ja zum ersten nice was ich fahr jetzt einfach hier bis irgendjahr ja digga hier jemand mit dem schweif komm 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 bro bro hä ich halt ihn fest ja geh doch weg man ja ich hab einen komm man digga irre outplate nein ich wollte den outplate mit bunnym-hope aber hab reingeschossen digga wir haben jetzt so neun gehabt und dann mit den letzten werden einfach in den letzten 30 sekunden zwei hast dann bringt sich halt auch nichts für heute davor die ganze zählen wenn wir so punkte wären also pro sekunde mit dem schweif kriegt man halt einen punkt verstehst du was war dann würden auch teams belohnt werden die halt länger halt mehrere schweife hätten ja wer am ende einfach lackert hat dann kannst du natürlich einfach bis 30 sekunden oder bis 20 sekunden einfach chillen so nix machen dann ist zwei sekunden schweif holen der schweif hat so close aber wir sind gut dabei ja wir eigentlich sollten nicht ja okay wir sind safe dann glaube ich ich glaube wir werden es nicht rein ich weiß ja herr sei er nice was Mies. Rollfeld. Mit 30 Leuten geht Rollfeld eigentlich. Steh ich so voll. Doch, ich hab's nachgeguckt. Der hat schon 30 qualifiziert. Der hat 12 Dinge raus. Egal, ich geh irgendwo an den Rand. Da ist mein Saver. Oh mein Gott, nein. Er ist runtergefallen. Ja, ich hab's auch gesehen. Bist du raus? Ne, ich dachte grad so. Da wird so, oh mein Gott. Deswegen sag ich das so. Ja. Jetzt auf die andere Seite. Bitte irgendwie rüber springe ich wegen Grieben dann. Das ist richtig nice. Ach Digga, er blockt nicht. Schade eigentlich. Ich auch Digga. Am besten ist halt, wenn die über ne Lücke springen wollen, dass du die dann fesselst. Komm Digga, bitte. Komm, komm, komm. Ja, ja, komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Ach, Mann. Ich stehe irgendwie rüber. Nein. Schade eigentlich. Der soll jetzt mal ein paar Leute rausfliegen. Drei noch. Einer noch. Einer noch. Ist es Mika? Ja. Hm. Mann, weiß es nicht. Oh mein Gott. Oh, nice. Fisch. Sehr gut. Oh ja. Ich glaube, wenn es nicht in das Handwerk wird, du wirst einfach Profi-Sänger. Also Sänger. Ach, bitte. Stop that. Stop that. Ja, was? Ich glaube, ja, wir sind Team Rot wieder. Ja Digga, mit neun oder acht oder so. Ja, ich sag ja, wir sind Team Rot. Wir sind, wenn wir jetzt wieder Team Rot mit Abstand gewinnen, ne? Ist Team Rot einfach das beste Team? Halt so für uns, you know. Ah, ich finde Team Rot am geilsten. Ach Digga, ich gehe woanders in den Spawn-Kanal. Ich glaube, wir haben einen Goldenehmen bekommen. Wir sind Erster. Digga, ich... Immer... Hä? Darf ich langlaufen? Spawn-Kanal? Okay. Da ist Digga, dann spawnt da mal einen Ring und ich spring gegen, Alter. Ich? Ja, okay Digga, Team Gelb. Oh mein Gott, der in der Mitte. Kriege ich den in der Mitte? Ja, ich habe den in der Mitte bekommen, diese richtig schweren. Ja, hol du den. Ich hole den hinteren. Ah, schade. Nein! Wie habe ich den nicht bekommen? Digga, Gelb hat gerade einen goldenen bekommen, ne? Ich los. Ah Digga, wir sind nur noch drei vor Gelb. Am besten ist, wenn wir jetzt einen goldenen... Ne, doch nicht. Aber egal. Keine Ahnung. Digga. Das ist gerade so close, ne? Guck mal, wie wir alle richtig in der Ring zusammen sind. So ein Game hatte ich noch nie, so ein Close. Ah, ich werde ihn gerade geüben, schade. Äh, eigentlich sollten wir weiter sein, wenn ihr das Gelb nicht in den goldenen bekommt. Wenn das Gelb nicht in den goldenen bekommt, ist das immer richtig spannend. Äh, ich habe wieder einen geholt. Ja, ich habe wieder einen. Nice. Egal. Egal. Ja, wenn ihr... Die brauchen halt nicht, sonst sind wir raus. Also Gelb. Der in der Mitte spawnen kann. Ja. Was ist das? Nein! 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 Oh mein Gott! Nein! Ich habe den eine Sekunde zu spät geholt. Ich habe den eine Sekunde zu spät geholt, ne? Eine Sekunde weniger und ich hätte schon da gewonnen. Oh, Digga. Das war richtig... Digga, hier hatte ich noch nie Verlängerung. Nein! 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 Das ist auch nicht... Weil das ist ja nicht selten, dass zwei Teams genau gleich... Bitte! Es kann Fußball heute wiederkommen, ne? Ich werde mir wieder ein Team geben, so viele. Nein! Nein! Auch die Leute zwölf Leute! Ich bin zweiter Reihe, du Erste. Schade! Egal, ist nicht schlimm. Ich hole das easy noch auf. Einmal kurz scrappen auf Abfuckbasis.. Ja, ich bin nicht umgefallen, nice! Okay Nice Oh Digga Ich hab's gesehen Oh mein Gott Ja Ich bin erster Ich bin erster Digga Der lebt Ja ja ich weiß Nein Egal egal Gefehlt Kannst du Wartest du Irre Nice Danke Irre Let's go Die ist jetzt schon Zum dritten Mal Ein Wingeschenk Naja Mika Der Win-Gönner Da ist die Krone Nice Die ist Die ist Wie viele Krone hast du Ja Zwölf Nice Das ist die Krone